Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so ein Zimmertürenschloss richtig austauschen kannst, wenn dieses einfach schon relativ alt ist und nicht mehr richtig funktionieren will. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich mache das Ganze heute bei dem Schloss bei mir in der Küche, was ein relativ normales Standardschloss ist. Doch die Anleitung gilt natürlich auch, bei Schlössern, die so ähnlich ausschauen oder sogar beim WC, wo hier so ein kleiner Knauf zum Drehen ist. Zuerst einmal müssen wir hier bei unserer Tür so viel entfernen wie nur möglich. Bei mir ist es zum Beispiel der Fall, ich kann den Türgriff jetzt noch nicht raus machen, sondern muss jetzt diese Verblendungen hier entfernen. Diese sind oftmals gesteckt, bei mir sind sie jetzt aber auch einfach geschraubt. Heißt, diese gegen den Uhrzeiger sind drehen und einmal von der Tür entfernen. Auf der anderen Seite natürlich genau dasselbe immer. Als nächstes gehe ich hier und mache einmal diese vier Schrauben hier locker, sodass ich das Ganze auch wieder abnehmen kann. Alle vier Schrauben hier sind locker und jetzt kann ich es schon einmal auseinandernehmen. Hierfür natürlich von beiden Seiten etwas ziehen und wir können sehen, der untere Teil von unserem Schloss bzw. Türgriff ist schon draußen und jetzt hier oben auch noch. Hierfür muss ich in meinem Fall erst einmal noch den Türgriff lockern. Hierfür benötige ich einen 2,5er Imbus, kann auch ein 3er Imbus normalerweise bei anderen Modellen sein. Dasselbe spielen natürlich auf der anderen Seite dann auch wieder. Normalerweise muss man die kleinen Schrauben hier nicht ganz rausdrehen. Sicherheitshalber mache ich das trotzdem und lege diese einfach auf die Seite. Jetzt kann ich auch das obere Teil einfach auseinanderziehen. Hierfür von beiden Seiten leicht wackeln und schon habe ich beide Griffe ab. Der Vierkant hier in der Mitte sollte normalerweise nur noch lose drinnen sein, weswegen ich diesen auch rausziehen kann. Und dann geht es auch schon weiter. Auf der Türfallseite entferne ich jetzt einmal diese Schraube hier oben und die Schraube hier unten und dann kann ich auch schon das Einsteckschloss nämlich herausnehmen. Beide Schrauben sind draußen und jetzt am besten einmal mit einem Schraubendreher oder irgendeinem Inbusschlüssel hier vorne reingehen und dann unser Einsteckschloss hier leicht nach vorne raushebeln, sodass wir es mit den Fingern greifen können und anschließend auch herausziehen können. Und somit ist dieses auch schon draußen. Wenn wir uns jetzt ein neues Einsteckschloss besorgen möchten, sollten wir einmal auf 5 Punkte achten. Punkt Nummer 1 ist der Abstand zwischen Drückernuss Mitte bis hier vorne zum Stulpin. Punkt Nummer 2 ist Abstand Mitte Drückernuss zur Mitte von der Schließnuss hier unten. Das sind bei normalen Zimmertüren meistens 78 Millimeter. Punkt Nummer 3 soll dein Einsteckschloss jetzt hier unten mit einem Schlüssel zu betätigen sein oder wie es bei einem WC auch typisch ist, hier unten einfach so ein Knauf zum Drehen. Hierfür wäre dieses Schloss hier unten nämlich dann einfach ein Viereck, wie hier oben auch. Punkt Nummer 4 ist der Stulp hier vorne allgemein. Du kannst sehen, bei mir ist hier oben zum Beispiel abgeschrägt, also relativ oval und das passt hier natürlich auch rein. Wenn es jetzt bei dir zum Beispiel dann viereckig ist, was du kaufst, passt dieses natürlich hier nicht rein, außer du fräst hier etwas raus. Punkt Nummer 5 ist noch, was für eine DIN Türöffnung das ist. Bei mir ist es so, ich stelle mich vor die Tür hier, kann hier drüben auf der linken Seite meine Türbänder sehen, deswegen ist es auch eine DIN Linkstür. Wären diese Bänder jetzt zum Beispiel hier auf der rechten Seite und die Tür würde nicht nach links geöffnet, sondern nach rechts geöffnet, dann wäre es eine DIN Rechtstür. Wenn das neue Einbauschloss dann richtig vorhanden ist, dieses in der umgekehrten Reihenfolge wieder einbauen. Hierfür das Einbauschloss erst einmal hier vorne reingeben, dann die zwei Schrauben festdrehen, zuerst oben, danach unten. Als nächstes sind meine unteren zwei Abdeckungen, gebe diese einmal in meine vorgebohrten Löcher hinein, das ist jetzt auch schon geschehen und dann kann ich die Schrauben einmal festdrehen. Wenn die zwei Schrauben hier fest sind, gebe ich einmal meinen Vierkant wieder richtig rum hier oben rein. Bei mir waren die Einkerbungen zum Beispiel hier vorne, weil natürlich auch die Schrauben von vorne reingeschraubt worden sind. Deswegen dieses einfach einmal hier schön mittig reingeben, dass es auf beiden Seiten gleich weiter rausschaut. Nun dasselbe Spiel wie unten, diese einmal wieder in die vorgebohrten Löcher hineingeben, ist jetzt auch schon geschehen. Und dann die Schrauben hier erst einmal per Hand leicht festdrehen. Dann werden wir mit dem Schraubendreher nachziehen, natürlich auch nicht übertreiben. Die vier großen Schrauben und auch der Türgriff hier sitzt schön fest an meiner Tür dort. Jetzt einmal den Türgriff noch mit meinen Inbusschrauben hier fixieren, leicht festziehen und dasselbe Spiel auf der anderen Seite auch noch. Und schon können wir die Verblendungen für die Optik hier hinten wieder drauf schrauben. Es ist wieder alles an seinem Fleck, wie du sehen kannst. Die Tür funktioniert ganz normal und somit haben wir auch schon unser Zimmertürschloss richtig ausgewechselt. Wenn du für zu Hause jetzt noch so ein Einsteckschloss benötigst, egal ob mit Schlüssel oder auch wie bei einem WC mit diesem Knauf hier vorne oder vielleicht sogar so ein Inbusschlüsselset benötigst, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird einfach direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extern im Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du also eins von diesen Untersiedeln hier benötigst, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.